Du bist berühmt? Wow, lustig. Ich dachte, ich wäre der einzige Teenie im Team. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt eine von uns. Toll. Wir sind nicht mal da und ich mache mich schon zum Affen. Entspann dich. Das wird schon. WLAN im Flieger ist super. Was ist? Ah, Schule. Ein Teil der Prüfungen musste ich vorziehen. Den anderen Teil mache ich nach der WM. Autsch. So ist das Leben. Steht dein College schon fest? Gibt's Angebote? Mir gefallen Angebote von Stanford und UCLA. Aber mein Dad möchte, dass ich Berkeley nehme. Er sagt, das Film- und Medienprogramm ist dort toll. Cleverer, Dad. Ja. Weißt du, es hat sich viel geändert. Als ich noch jung war, gab's noch nicht so viele Möglichkeiten. Sofort nach der Highschool ein Profi werden? Macht was her. Das Problem ist ja, da mirror ich habe versucht... bis zum nächsten Mal. Frage hinbekommen oder was ich doch? Boah, mein Dad! Boah, mein Dad! Deswegen, da34- pool- und lost her. Vielen Dank.